Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video von mir, denn ich habe heute die Möglichkeit, euch ein Messer vorzustellen, auf das ich selber sehr, sehr gespannt war. Und zwar handelt es sich um ein Custom Slip Joint Taschenmesser vom amerikanischen Messermacher T.A. Davison, Todd Davison. Der macht schon seit über 35 Jahren Messer, und zwar handgemachte Slip Joint Taschenmesser. Und dass ich euch dieses Video zeigen kann, das verdanke ich dem Andreas. Vielen Dank nach Österreich, dass du mir hier diesen kleinen Traum erfüllt hast, denn seit ich so ein bisschen in diese Messerszene reingerutscht bin, habe ich jedes Video auf YouTube verschlungen, wenn es da um Todd Davison Messer geht, weil ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, mir auch selber mal diesen Wunsch erfüllen zu können, mir ein handgemachtes Todd Davison zu leisten. Das wird allerdings immer schwerer. Die Preise sind in den letzten zwei Jahren doch ganz erheblich gestiegen. Im Moment fangen sie bei etwa 500 Euro an. Nach oben sind da natürlich kaum Grenzen gesetzt. Und mit Versand, mit Steuern und Zoll kann man da ganz schnell in den vierstelligen Bereich kommen. Und ja, da wird es dann natürlich schwierig, so etwas dann auch zu realisieren. Wenn ihr Interesse habt, das Messer an dir kennenzulernen, dann bleibt dran. Bei diesem Modell von Todd Davison handelt es sich um ein eher einfach gemachtes Taschenmesser. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde es seinem traditionellen amerikanischen Modell folgen. Allerdings sagt Todd Davison selber, dass er keine Messer nach den alten amerikanischen Mustern herstellt, sondern dass er sich da einfach nur inspirieren lässt, aber jedes einzelne Messer doch dann seinem eigenen Design folgt. Bevor wir uns das Messer näher angucken, ganz kurz die technischen Daten. Es hat eine Gesamtlänge von 16,3 cm. Die Klinge ist insgesamt 7 cm lang. Die eigentliche Schneide ist dann aber nur noch gute 6 cm lang. Die Klingenstärke beträgt 2,4 mm. Und als Klingenstahl setzt Todd den CPM 154 ein. Und das Messer wiegt nur ganze 165 Gramm. Schauen wir uns zunächst die Klinge an. Dabei handelt es sich um eine Clip-Point-Klinge, die von Todd Davison hand-satiniert wurde. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Auch wenn spiegelpolierte Klingen vielleicht noch dazu beitragen, das Messer etwas rostträger zu machen, da es kaum Angriffsflächen bietet, so finde ich doch hier diese recht grobe Satinierung wesentlich praktischer im Alltag. Persönlich geht es so, dass ich mich etwas schwer tue, spiegelpolierte Klingen richtig zu benutzen. Dieses Problem hätte ich hier bei dieser Satinierung nicht. Zumal sieht man dann hier auch nicht so einfach die Fingerabdrücke. Also alles in allem eine doch sehr gebräuchliche Klinge. Die Klinge trägt hier den klassischen Nagelhau, den man nicht unbedingt benötigt, denn man kann die Klinge auch einfach mit Daumen und Zeigefinger aus dem Heft ziehen. Aber der Nagelhau vereinfacht das Ganze natürlich. Und wenn man die Klinge öffnet, dann bemerkt man sofort den Halbstopp bei 90 Grad. Und dieser ist perfekt ausgeführt. Wie man hier erkennen kann, liegt die Feder sehr schön flach zwischen den Platinen, so wie es sein sollte. Und auch im geöffneten Zustand perfekt flach. Also sowohl geschlossen als auch im Halbstopp und geöffnet, perfekt gearbeitet. Und das nur per Hand ohne C&C Maschine. Und diese Spaltmaße brauchen sich selbst vor Moki Taschenmessern nicht zu verstecken. Auf der Klingenwurzel dann die Stempelung T.A. Davison USA. Und das ist auch die einzige Beschriftung, die wir hier auf der Klinge wiederfinden. Kein Stahl, kein Logo, kein gar nichts. Sehr schön, einfach gemacht. Da sollten sich andere Hersteller mal ein Beispiel dran nehmen. Was mir außerdem gefällt, ist, dass die Clippoint-Klinge hier nicht zu stark ausgeführt ist. Sie bleibt hier in ihrer Form immer noch sehr gut zu gebrauchen. Eine kleine Schleifkerbe vereinfacht es dann, das Messer scharf zu halten. Die Auslieferungsschärfe ist im Übrigen sehr gut. Der Andreas hat sich hier, wie gesagt, für eine relativ einfache Ausführung des Messers entschieden. Das grüne Mikata hier ist sehr robust und ganz hervorragend verarbeitet. Die Übergänge sowohl bei den Nieten als auch hier zu den aufgesetzten Stahlbacken ist ganz hervorragend gearbeitet. Man spürt hier mit dem Finger keinerlei Übergänge. Am Ende des Griffes dann hier nochmal eine Hülse für einen Fangriemen oder einen Lanyard. Die Verzierung auf den Platinen ist relativ einfach gehalten, aber doch sauber ausgeführt. Auch die Rückseite der Rückenfeder trägt eine Verzierung. Das Innere des Hefts ist sehr sauber gefertigt und trägt auch noch ein kleines Geheimnis. Denn hier im Inneren ist die Seriennummer eingefräst. Der Todd nummeriert alle seine Messer durch und dieses hier ist das 1350. Messer, das er gebaut hat. Leider lässt sich das hier mit der Kamera nicht sehr gut einfangen. Ich brauchte da eine Lupe, um die Zahl hier entziffern zu können. Die Handlage des Messers ist hier für mich mit meiner Handschuhgröße 9 sehr gut. Ich habe also einen vollen Vierfingergriff. Und da der Griff hier geradlinig und einfach gestaltet ist, bietet er auch eine recht universelle Handlage. Und ist auch für kleinere und vielleicht leicht größere Hände als meine noch gut geeignet. Was ich bei den traditionellen Taschenmessern gut finde, ist, dass das Ricasso so einen ganz kleinen Schwung nach unten hat. Und damit dem Zeigefinger noch einmal etwas Halt bietet. Gerade bei etwas größeren Händen, bei denen der eigentliche Griff vielleicht nicht mehr ausreicht, ist es dann nochmal eine Möglichkeit, eine sehr gute Handlage hinzubekommen. Der Walk and Talk, wie man so schön im Amerikanischen sagt, ist hier bei diesem Messer sehr gut, wie ihr hier auch sehen und hören könnt. Ich spüre hier nur ein ganz, ganz, ganz leichtes Spiel der Klinge, aber wirklich sehr, sehr leicht. Ansonsten perfekt gemacht auch hier. Auch der Klingenstand ist für ein Messer in diesem traditionellen Stil recht ordentlich. Vielleicht nicht ganz hundertprozentig mittig, aber wie gesagt, da gibt es auch kaum irgendwie Kritik zu üben. Gerade bei einem genieteten Messer ist das schon eine Kunst, einen wirklich hundertprozentig mittigen Klingenstand hinzubekommen. Der Andreas hat sich hier für dieses grüne Mikata entschieden. Ein sehr robustes Material, das geradezu dazu einlädt, dieses Messer auch richtig zu benutzen und eben nicht einfach nur in die Vitrine zu legen. Ich persönlich finde grünes Mikata jetzt nicht ganz so gut. Allerdings wird auch dieses Mikata hier, wenn der Andreas es regelmäßig benutzt, auch schnell nachdunkeln. Und wird dann sicherlich bald so aussehen, denn mein Freeman Jack von Northwoods sah am Anfang ähnlich aus wie dieses T.A. Davison. Und ihr seht selber, das Mikata hat hier eine kastanienartige Färbung angenommen, die mir jetzt deutlich besser gefällt als das ursprüngliche Grün. So, und zum Abschluss dann noch wieder der obligatorische Größenvergleich mit dem Victorinox Pioneer. Die beiden Messer sind also fast identisch in den Abmessungen. Und das gibt euch sicherlich auch nochmal einen guten Hinweis, wie groß bzw. wie klein das Todd Davison Messer ist. Alles in allem hat Todd Davison auch bei diesem Messer wieder sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert. Und wenn man ehrlich ist, mehr als dieses kleine Taschenmesser bräuchte man eigentlich nicht für die alltäglichen Schneidaufgaben. Und das hier könnte ein Messer fürs Leben sein. Und dann relativiert sich natürlich auch der Anschaffungswiderstand von deutlich mehr als 500 US-Dollar. Wer also wirklich nur ein Messer sucht, das ihn tagtäglich in der Hosentasche begleitet und für die kleineren alltäglichen Schneidaufgaben dicke ausreicht, der ist mit so einem Modell hier natürlich mehr als gut aufgestellt. Und es ist natürlich auch immer noch etwas Besonderes zu wissen, dass man ein Messer bei sich trägt, dass man sich hat von einem Messermacher bauen lassen, der seit über 35 Jahren Erfahrung mit dem Bau solcher Taschenmesser hat und das eben auch perfekt ausgeführt ist. Vielen Dank nochmal, Andreas, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, so ein Messer tatsächlich auch mal selbst in die Hand nehmen zu dürfen und auszuprobieren. Und es hat mich in meiner Meinung noch bestärkt, dass die Messer von Todd Davison wirklich etwas ganz Besonderes sind und dass es sich tatsächlich lohnen würde, hier so viel Geld auf den Tisch zu legen, um so ein Messer sein eigen nennen zu dürfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und auch du bist das nächste Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin. Tschüss!